ach manu pass mal auf folgendes willkommen hier zum biochart remaster ja jetzt tatsächlich danke für den hinweis nein ich muss wohl auf den köpfe kommen seien bei mir stelle es sehen gerade keine ahnung ja ich will die kamera nicht auf der misst sagt auch keiner war hier sehr gemeint zu mir jetzt jetzt wird sound wieder das ganze also willkommen zu biochart wo wir wieder dinge erleben lustige zum beispiel ein streamer der nicht zu hören ist weil stumpfen auch manchmal ganz cool sein können glaube ich ein stück also hier lang also egal ich muss trotzdem jetzt dort noch nicht rein oder doch tue ich ja dann weiter durch bio schock hausen abgestauschen habe ich gerade nicht nötig denke ich hat dich die schon auf maximum weiß man nicht aber jetzt habe ich sie auf jeden fall schnell 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 da hekt mich ehrlich ich kann ich jetzt manchmal ist merkwürdig da gibt's aber nicht hier wird offenbar noch ein showdown ausgetragen werden irgendwann heute ich brauche trinkt der medik ist alles alle aber macht das ja einst versuchte findet er fragt wird erhört dass sie da was das bestimmt kaputt hier kann ich bestimmt der story mäßig weiter habe ja auch kein pfeil der ich war es rein teleportiert aber da kommt auch was an medis station gesehen hacken 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 und versteckten hinter diesen vielen hacken so und so und so auch nur noch ein querteil da ist doch schon wie geil läuft haben wir schönes stickstoff zeug habe ich schon alles toll so aber was auch für später wie es aussieht was noch wirklich war was ich schon gesagt habe in den zwei minuten die stumm war da komme ich ja hier rein und testen wir haben einen kurien gedenkkaffee getrunken gerade im spiel weil sie ja gar nicht da sein kann also in wend aber kann man auch könnte man auch hacken theoretisch muss ich aber glaube ich aktuell nicht unbedingt wäre eigentlich ganz cool das mal zu haben was war kämpfer ich mache es zwar nicht aber das könnte mich motivieren ein bisschen öfter mit dem schraubenschüttel zuzuhauen und ich glaube ich brauche das hier bloß für diese dinger und es scheint auch nicht mehr als die drei zu werden 1 habe ich schon geholt davon das hier will ich nicht weil es verleitet was zum alkohol trinken liebe kinder das soll nicht gemacht werden das wollen wir nicht das hier dagegen ich muss mir einfach mal und das war unter umständen dumm weiß vorher nicht direkt habe aber ist egal die selber das war ich ja nicht gar nicht das kamouflage denken das ist zwar cool das zu haben da waren bleibe ich schon mal gezielt stehen und vor allem es funktioniert auch nicht wenn ich im kampf bin ist zwar eine geile sache aber tausche ich mal aus und bin jetzt der lebensräuber ja wohl lebensräuber ich habe mir selbst übrigens auch ein cappuccino gemacht jetzt aber kein kaffee aber ein cappuccino ich habe eindeutig den bonus für mehrere motiver verdient findet ihr nicht und wechselt es auch c bloß nicht in ordnung ach jetzt mehrere foto ja toll aber jetzt ist nur sie zu sehen nicht mehrere fotografie dingens motive ist eine sauerei ich habe und das ding wenig schaden macht dollars das hat sie oben aber jetzt einen pass ein ja er den schilder lassen dankeschön vier spritzen brauchte rein nicht mehr an den großen zusammenhang die große verkettung er glaubt er nur an die macht jetzt ist die der ort im arsch und mein mädchen ist weg schlimmer als weg schlimmer als weg so würde sagen und tut aber eine attentäterin das kann man nur auf eine art rausfinden wann komme ich im spiel schon mal auf die den trichter die möglichkeit mich anzuschleichen mit nachkampf angriffen fast gar nicht also wenn ich generell schaden erhöhen würde geil aber und diesen voraussetzungen ziemlich ein mist eigentlich aber ich habe gerade echt es kribbelt mir in den fingern das zu holen ich nutze ja den elektroboot als einziges das mit regelmäßig und zwei stufen höher und weder gebrauch klingt schon sehr geil weil ich der e verbrauch ist das was mich auch was davon abhält deswegen öfter einzusetzen tatsächlich obwohl ich eigentlich genug davon habe damit wäre das geiler aber 150 schon ansage vor allem wenn der je 20 kostet der king und jetzt auch 80 werden die welt billiger wenn teil 3 freigeschaltet wird weil das ist ja im prinzip ich will dazu eine nächste wohl zwei abwackeln zwei oder wohl lieber so was wieder ich habe noch nichts sachen ich nehmen könnte dafür schwierig weil ich glaube ich bin mächtbar elektroboot zwei elektroboot baby einfach so ersetzt mega reicht jetzt natürlich nicht mehr dafür ist klar aber habe ich in die lebensleister damit die lebensleiste jetzt und die fleiß also nicht dadurch der feuer warfen abgärt was hier los ist ja mega mäßig alles hier ja dann bist du mal zehn größe die vor an und dazu mal angekündigt das war eine linie ist weißer auch hier wohl dann weiß kann er abgehauen dollar auto auto hacker und ich könnte mitnehmen zu spiel gecheckt gerade und dann wäre weglaufen ich wollte gerade weglaufen habe schiff gedrückt um wegzulaufen dadurch habe ich aber gehen aktiviert anstatt laufen weil ich automatisch laufe und kam nicht mehr ganz weg vom explosionsradius richtig gut wir haben uns geirrt weiter schon oder eben gerade ich kann jetzt auch mal ein wahrscheinlich hier lang da gehe ich mal da lang und danach gehe ich dahin moment da ist er ja tot kommt hier das pleite organ vielen dank das war quasi gratis aber es geht hier doch nicht rechts von links lang ok schade willkommen im zirkus erwärte ha 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 und so weiter speichern und dadurch ob ich meine lautes jetzt überschreiben wo ich mir was gegönnt habe nämlich die elektro boot ich glaube es war keine falsche entscheidung dass das wird schon passen wie gesagt das einzige sich wirklich regelmäßig auch nutze und ist ein bisschen guter wir sind guter verdammt ist hat da der einzige ja einzig jetzt habe ich jetzt auch einer arbeit im recht gewesen objekte kaufen ja komm was soll's ein ruhig viel aber wo sonst konnten wir das grund befreien wo sonst hätten wir eine kunst entstehen lassen können die nicht zensiert wird kontrolliert und eine gesellschaft erschaffen die nicht zerstört werden kann naja es war nicht unmöglich auf dem meeresgrund zu bauen nein nein es war es war unmöglich es irgendwo anders zu bauen der platte aber sich hier ich laufe noch mal kurz nach oben aber jetzt doch da lang kommen auf der karte aber ich da sehe oder hier komme ich doch 8 da war ist hier schmierer wird nicht hacken im poste bild hast du Das ist meiner. Das ist Aua. Sollte auch meiner sein, ging wieder hier weg nicht. Toll. Vielen Dank für nichts. Jetzt würde ich gehen unsichtbar werden können. Genau. Beide hat euch gegenseitig ab. Meine beiden gewinnen. Gut gemacht habt ihr das. Sehr, sehr gut im Aua. Aua. Ich habe nicht das Gefühl, ich würde ich viel sparen an EVE. Ich habe das Ding aktivieren hier. Vegan-Nimmel. Deutlich geringerer EVE-Verbrauch. Durch zwei Stufen eigentlich schon. Und ich habe hier ein Viertel weg. Oder ein Fünftel vielleicht von meinem EVE. Und ich habe sehr hohes EVE. Das scheint nicht hinzukommen, was ich mir sagen. Das Spiel lügt mich an. Ah, warte. Nein. 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 Alles verkackt. Neuladen. Ich wollte ein Foto machen. Wieso ist es für mich auf 5 auf einmal? Es ist von der Sinn. Ich stehe 5 und drücke ab und das Ding ist kaputt. Scheiße. Mann. So ein Treck hier aber auch. Das kann auch nicht sein. Noch mal hacken. Kacke. Alles nur nicht geplant. Glaubt mal. Wow. Das ist super knapp. Ich brauche. Nein. Ernsthaft jetzt. Wie der Kampus-Rohr gefunden. Da haben wir noch eins. Viel besser. Als kaufen wir uns. Eins hier mit, wie gerade auch. So. Eine Stadt auf dem Meeresgrund. Nochmal loot den Typen. Ja, ja. Kennen wir schon. Wir uns aus den Klauen der Parasiten. Kennen wir alles schon. Wo sonst hätten wir eine Kunst entstehen lassen können, die nicht zensiert wird. Eine Wirtschaft aufbauen, die nicht kontrolliert und eine Gesellschaft erschaffen, die nicht zerstört wird. Mit Bräuler. Es war unmöglich, unmöglich, es irgendwo anders zu bauen. Zwieg ich Punkte, was? Big Daddy. Ach, sehr für schraubt, ne? Ich hatte dich wohl schon. Tja, konnte keine Punkte davon machen. Super, hab ich richtig gelohnt, dass vor allem. Deswegen muss ich neu laden, um das. Na. So ein Mist aber auch. Nun ja. Der ist Thema von Welt, der macht sowas schon mal. Ne? Ach, komm mal da. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden? Wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die R34er, so wie die Nutten im Eve's Apple Penicillin fressen. Was sagt man doch nicht? Abramschläger greifen nur pausenlos an. Diese Woche sind schon zwei Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Ja, genau. Holt er sich gestern Titelzister irgendwo raus? Zweimal finden, das Spiel ist ja nicht sehr groß. Ich habe ja überlegt, dass... Ja, auch. ...wischen wieder machen wird. Beim Netz war es ja auch so aus der 360 geholt hat, irgendwie in einem gleichen Gebiet. Das war sehr merkwürdig, aber es ging. Ist das safe? Ah, ist das safe. Moment mal. Ich schenke ihn so, Ronkel. Nicht verunruhig, bitte. Komm zurück. Wow, noch einer. Das ist, oh. So kommt Eve und Leben zurück. Ich bekomme auch Eve zurück. Das ist ja hammergeil. Ich bekomme nur Leben zurück. Wow. Und vor allem so viel. Zack, zack, zack. Dann brauche ich jetzt nie wieder einen Fernkraftangriff. Das ist ja krasser Scheiß. Das war richtig gut. Das ist ja richtig mega. Awesome. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, schnell, schnell, schnell. Ich wollte es in die Mitteil. Hallo. Ja, das war's. Da wäre es gewesen, ganz rechts. Vielen Dank für nichts. Äh. Mann, ey. Darf man schon das Ganze um einige Platten reduziert, die auftauchen und dann von so was bei raus. Äh, schnell. Bin grad nicht auf der Höhe. Nein, was? Nein, was? Was? Nein. Wieso? Ach, das gibt's doch nicht. Ich hab's rübergezogen, aber das Spiel hat es nicht gewollt. Das Spiel ist scheiß. Mann. Alter. Das geht auch so nicht. Ich bin auch ein Zimmer von Welt. Jetzt hab ich auch der Gewalt aus Versehen. Na, ist egal. Dann ist das so. Gönnt euch. Gönnt euch meine Drohnen. Mein Köln-Sport-Kollektiv. Aber hier kam ich heute her, ne? Genau, von da oben kam ich runter. Ja. Und ziemlich kurz im Langen, wenn ich da lang gehen will, was ich eigentlich vorhatte. Vorig storymäßig weitergeht. Er hat sich eine Willis-Wüster geholt. Ich verfolge den Big Daddy. Das dazu. Was auch sehr geil ist, denn ich jetzt die Sister rette, bekomme ich nämlich ein bisschen dazu. Und kann entsprechend nochmal ein Dingens kaufen da unten. Irgendwas, was auch immer ich haben möchte. Pssst. Ist so laut. Was? Weißt du noch gar nicht? Ich kenn's mich doch noch gar nicht. Ja. Ah, der Flex muss ein bisschen. Ich bin soweit. Der Flex nur. Und der ist nicht ernst zu nehmen. Ach, ach so. Ich will die Sister haben. Auch in Ordnung. Schaden plus plus. Umso besser jetzt vor dem Kampf. Weil es wäre echt ehrlich gewesen, so ein bisschen nichts zu haben. Und jetzt kann ich ihn ein bisschen leichter tot machen. Schätzungsweise. Ich fange mal an. Damit. Ja, lauf, lauf. Komm doch, zeig dich. Spielerspiel Bayblade. Oh, oh. Nee, macht's dich. Jordan, wenn ich so dead. Hey, Big Daddy. Ach so, wenn ich wenig schade, das Ding. Da bist du so. Ups. Der zieht mir wirklich und werft dich ein Viertel meines Eves ab. Also es ist null von wegen Eves sparen. Kann ich so nicht bestätigen. Aber naja. Wurscht. Er ist tot. Ach Mist. Retten wir dich mal. Doch. Auf jeden Fall. Doch. Hört dazu. Doch. Komm, sag mal nicht so. Und ich trinke einen Gewinner Cappuccino Schluck. Danke. Danke. Jo, welcome. Was ist denn hier? 80 Red. Jetzt muss ich nur irgendwen mit dem Dings erschlagen, um ein Eves zu kriegen und keinen Dings zu erbrauchen dafür. Und ich schätze mal, jetzt habe ich den Weg geebnet für den dritten Big Daddy, der sich die dritte Big Sister, Little Sister, hier holt, um mir springen noch mal Eves zu geben. Werkräume, der völlig falsche Weg, story-wise. Aber ist ja egal. Das hat uns noch nie geschehen. Hört. Okay, jetzt auch mal hier. Noch besser. Ach, ich bin nicht schon so bekannt vor gerade. Wow, 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 wow. Das ist ja ein Bumbo-Mutgerät. Hab ich gesehen. Au. Was zum... Ach, wer geschießt auch. Fies. No, her, du. Ich höre dich doch da. Trapsen. Sie werden schatten. Das kann ich selbst machen. Aua. Nein, das ist natürlich doof so. Komm mal ran zu mir, bitte. Komm mal her. Komm her. Dann halt nicht. Hey, Leute. Wie geht's? Ich habe mich durch, ne? Die Bouncer Guy? Genau. Die Sister muss noch gemacht werden. Wieso bekomme ich hier nicht mehrere Motive als Bonus? Hab ich doch eindeutig. Ja, Tito. Frechstuhl. Ah, auf. Ich habe mich beschossen. Verstehe ich ja. Verstehe ich ja. Nein, zu viel. Ich habe dir, nein, zu viel. War drei. Ach, kacke. Sieht ja super aus hier. Das war... Oha. Das brauche ich. Oha. Nie mehr sehen. Ich habe hier noch zwei drunter von der Sorte. Hier. Unlösbar. Das habe ich hier. Ne. Unlösbar. Ich bin die Karte. Hätte ich mir das... Mit dir ran basteln. Hätte ich gemacht. Ich hätte es mit diesen ran basteln. Mit diesen Kurven rum basteln müssen, um den zu haben. Dafür. Aber darauf kommst du am Anfang des Spiels. Das Ding ist nicht. Alter. So was ist gemein. So was ist gemein. Nein. Nächster Versuch. Oh, nee. Oh, nein. Auch Spiel. Habe ich die Gemeinschaft eben erwähnt? Ja. Sie hat sich... Boah. Der ist unmachbar. Ja. Das geht tatsächlich nicht. Mir fehlen... Nee, ich kann keine Hörerung machen. Mir fehlt echt einer von der Sorte diesmal. Nee, Leute. Nee, nicht danke. Verlierer-Schluck. Eigentlich hätte ich bereits beim Dragonball-Spiel hier das Ding trinken müssen. Ist ja mit Dragonball-Motiv und so. Äh. Moment. Doch ist tot. Wollte grad sagen. Habe ich danach oder davor gespeichert? Aber ist es danach gewesen. Alles cool. Schwein gehabt. Warte, was? Tisch. Leer. Tisch leer. Ist der Tisch leer? Oder ist er voll? Haar. Ah, ja. Voll also, okay. War ja nur eine Frage. Das ist ein gutes Bild. Ja, siehst du. Gleich alles besser gemacht. Ich muss immer eindeutig mehrere Motive drauf. Auch ein gutes Bild geschossen, würde ich sagen. Also, das muss ich sehen. Das gucke ich genau an, das muss ich sehen. Ja, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. War nie da. Alles cool. Können wieder Freunde sein. Schwere, oder? Diesmal, komm. Diesmal geht's besser mit dem Hacken. Hab da so ein Gefühl. Äh. Ein ganz beschwichtigendes Gefühl, habe ich da. Oh Mann, was ist da denn da schon wieder? Da soll das Ding. Und weil ich dachte, du hast da auch, wenn man hier war, eine riesige Sache draus. So, ich wollte nur zwei davon, siehst du easy. Genau, du, warum. Ich könnte ein paar neue Brauche, ich habe auch ganz viel Geld und so. Alt 48. Ich denke, mein Munitionskapazität ist erhöht worden. Ich würde auch 40 gewesen, hat die gar nichts verändert. So ein Mist, aber auch. Das lohnt sich ja, war. Das sollte mir mit den Bolzen schießen. Fällt mir da gerade so ein. Oh, warte. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Hecken. Hecken, hecken. Ich habe schon, habe ich schon. Auch mein Kumpel zu hauen. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. also braucht schon einiges danach am schadensboni um die ordentlich schaden zu machen und dann so einen nachkampf ohne bild zu spielen sage ich euch habe es jetzt gerade gemerkt das ist doch ganz schwierig schaden ich hoffe ich so drauf kommen habe das war zu viel das soll ich sein geht auch so muss ein heck aussehen wenn der big die oben noch hinkommt welches als wo denn da habe ich ein bisschen was an feuer unterstützung der die kommst du zu mir dollars aufnehmen ich bin zweifels darauf kommt der wahrscheinlich unten bleiben diese seite nicht locken mit irgendwas welchen kuchen oder so ich hab kuchen funktioniert er muss das ist da wenn es ist also weg also trägt die alle zugangshörer für sie vor klopfen kann doch hier ist eine holz immer raus ja ich habe nur auch zum kämpfen weil da habe ich vorher schutz wie erwähnt das würde mir ganz gut passend ich war zu lang kommen wir können uns mal einen schluck und währenddessen warten auf die sister ja kopf kopf zu nein nein ich bin ich da ist das jetzt der neue kann ich nochmal fotografieren ist die frage ist eine neue sister das ist ja auch ein geiler trick ich könnte jetzt wirklich wahrhaftig warten dass sie wieder verschwindet warten dass er neue holt und ewig fotos machen und gefühlt ist auch der fortschritt bei uns ist das ewig lang also sehe ich gleich ob die nach ende ist oder noch was kommt ich habe ein lebenswerken auf so muss wissen bei dem zweiten spielbar deutlich größer wird nach dem fortschritt kleiner anstieg tatsache meine fingern kuppe fängt da an wo eben der balken war und die ist jetzt also fast eine fingerkuppe mehr leben habe ich jetzt natürlich bekommen krass wirkt immer gar nicht so aber es doch gar nicht so wenig gott und es geht noch weiter also ich weiß kein ende der forschung zu sehen so angezeigt bleibt dabei doch doch okay da steht abgeschlossen alles ist das durch schade kein endlos reviews für lebenspack wäre schön gewesen ich auch ich war doch der daddy hinter mir gerade komm ran mann ach mein body hält ich ab schön drauf halt genauso so kommt die würde ich sagen gelieb gerade nachladen kacke